Ich überlege noch, ob wir mit einem Christbaum umfahren sollen, so ein Weihnachtsbäumchen. Dann würde das Ganze so aussehen. Ach komm, das sieht schon geil aus, ne? Das sieht schon heftig. Ja, so muss man rumfahren. Komm, wir fahren komplett heute Weihnachtsbaum rum. Grüß, Kollegen. Sehen Sie zusammen, Sie zwar? Und Sie sind auch zusammen, oder wie kann ich das verstehen? Nee, wir sind zusammen hier zwar auf Streife, ja. Aha. Ah nein, ihr habt doch das hier zwar vielleicht zusammengekehrt. So, wie es so Mann und Mann zusammen ein bisschen was essen gehen. Ihr kennt ja sein, Sie. Das ist ja nichts Schlimmes, mein Gott. Geht ja her. Hm, bitte? Das hat nur nachgespült, gell? Das hat nur nachgespült. Das ist wie es ein Se, gell? Und dann, was ist ein Blutzer? Ach, stimmt, ich habe ja. Ich habe ja Polizei, aber da passiert ja gar nichts. Wir machen 10 auf Uhl. Warum habe ich einen Fisch dabei? Hat der mal wieder zugesteckt, ne? Alter, wisst ihr, wie geil das ist? 10.000, okay. Okay, warte mal, wir brauchen Musik. Wir brauchen Musik. Habe ich irgendwo ein heftiger Beat, komm? Heftiger Beat. Komm. Komm jetzt, Bruder. Ich rubbel auf. Okay, Leute. Seid ihr ready? Okay. Oh, sieht schlecht aus. Sieht schlecht aus. Nein. Nein. Einfach nee. Und ich habe mich mal wieder aus dem Auto ausgesperrt, Punkt.de. Habe ich mich gerade wirklich ausgesperrt? Oder ich habe mich gerade ausgesperrt aus dem Auto. Jetzt no joke, ne? Der war schnell unterwegs, da muss ich gar nicht schauen, da ist über 200. Über 200, sowas von fix. Von dem Auto ausgesperrt aus dem Auto. Von Linken vor. Wir haben da einen Verkehrsunfall. Bei Polito Bay, Dortcott werden riesengroß Unfall verursacht. Mit überwärtigem Gewindigkeit. Wollt ihr mal bitte einen Kollegen. Hallo? Geht's Ihnen gut zu den Krankenwagen holen? Hallo, geht's Ihnen gut? Warte mal, ich rufe die Feuerwehr. Ich rufe die Feuerwehr ganz schnell. Ich hang im Gurt, ich hang im Gurt. Ja, ich bin gleich bei Ihnen. Gib Zahn, Jungs, ein bisschen anschieben. Alle zusammen bitte, sonst kriegen wir das nicht zusammen. Ah, komm, geht schon. Geht schon, weiter, weiter. Geht schon, ja. Ja, ah, der humpelt. Ei, ei, ei. Ah, jetzt ist die Hau mal ab. Brauchen Sie bitte den Motor aus. Nee. Von Lincoln vor, verdächtiges Vorzeug flüchtet wieder statt einwärts. Nun, Sehle nach oben, Jens. Nehmen Sie mal ein Fest, Kollege. Aber sieht doch alles clean aus. Ey, da hinten ist doch ein geiles Versteck. Guck mal, wenn du dich da versteckst. Ey, das muss ich mal machen, wenn ich mal ein Jubel ausraube. Also wenn ich jetzt nicht den Charakter spiele, dann kann sie sich voll geil da hinten verstecken. Merkt keine Sau. Drei, zwei, eins, los. Haben Sie auch einen Tempomaten drin lassen? Ja. Ich auch. Drei, zwei, eins, los. Ich bin aber ziemlich gut mit dem Bugatti. Wir sind so schnell da. Ich hatte ja einmal einen Anwalt auf Ereloge gehabt. Vielleicht kann ich mich noch daran erinnern. Der hat sogar gegen mich ausgesagt, was keinen Sinn macht. Ein Anwalt hält immer zu dir. Deshalb ist ja ein Anwalt da. Der hat sogar, der hat überhaupt nicht gewusst, was er machen soll. Der war so lost. Der hat zum Polizisten gesagt, ja, Herr Polizist, haben Sie schon recht. Ja, da kann ich meinem Kollegen auch nicht helfen, meinen Mandanten. Da haben wir auch gedacht, Bruder, weißt du, was ein Anwalt ist? Wieder Richtung Norden. Oh, oh, oh. Was geht das so? Ja, war es im Bobbel. Ist das so in Ordnung? Warum ist was eingesteckt, der Herr? Nö. Würde ich sagen, wir machen heute mal Schluss. Ich wünsche euch noch was. Gute Nacht. Haut rein. Tschüssikowski. Euer Rund. Ich wünsche euch noch was. Bis zum nächsten Mal.